Wenn ihr mit uns runter geht und dann zeigen wir ihr den Weg, dass ihr weit habt, dann kommt ihr auf Loco. Loco? Das ist eine Ortschaft weiter oben als Auresia. Das ist voll bepackt, das ist richtig lang. Nein, wir nehmen den Weg nach Auresia. Hallo! So, gerade so runter. Sollte links dann runter und dann einfach runter so und dann geradeaus in diese Richtung. Dann sollte alles markiert sein. Ja, wir haben vorhin auch Schilder gesehen. Genau, genau. Und wenn es keine Schilder gibt, muss man einfach die Markierungen rot-weiß angucken. So, jetzt sind wir zu leben. Wir haben Spaß gemacht, wir haben Zeit. Wir müssen es unterhalten. Die Lokale hier haben die Schilder. Sie haben uns überall geholfen. Sie haben uns Wasser, sie haben uns Direktungen. So, wir gehen zurück in Auresia. Die Hightdown sollte 1,5 Stunden dauern. Also, wir brauchen ein bisschen länger. Let's say 2 Stunden maximal. Und dann, wir gehen nach Auresia. So, aber wir müssen uns gehen, ich denke. Let's go! So, wir sind jetzt auf der Weg zurück. Und, äh, das ist die View. Die Alts in der Background. Adam, wie sieht es? Wow, das ist ein Bild. Wow, das ist ein Bild. Check out this vegetation. Really nice and green. Yo! Wait a minute. We missed the train. We missed the train. Look at this, show this. This is how we went here. We went off all these mountains to get here. And this is the actual train. People thought we needed two hours. We needed like eight. Oh man. Oh, these backpacks is hot. Look at my shoes. We're in the right path. We're in the right path. By the way, the hike we went is the hike. There are only local people. So you don't meet so many people. In the trail. During hiking this trail. ... Oh! Backpack change done we should be down in one an hour or something now an hour and a half all right let's go 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 do go 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 So, we are just taking a break now. This trail with these backpacks is very difficult. How is the trail? Very difficult. Or intermediate. Well, the locals already told me that you have to be negotiated. I think my feet are swelling. Sure. Let's go. Is there a way there? Where are the signs? I just fell down. Oh. Oh. My feet are hurting. Hmm. I think they are swelling. Whoa. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Okay. Thank you. It's just one hour. How long is it now? It's 15 after 4? Now it's 4.15. Okay. Where? 100 meters. There it is. So, the bus is arriving after an hour. That's why we are going to this restaurant. We are hungry too. Are we working? Yes. 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 Not because the bus is one hour. The pizza is really good. So, our bus is arriving right now. At 5. Well, let's go. Bus is arriving. Well, let's go. Stop having me.